Vor kurzem wurde die neue Contao-Version 4.12 veröffentlicht. In diesem Video stelle ich dir die wichtigsten Neuerungen vor. Ab sofort warnt dich das Install-Tool, wenn der Datenbank-Server nicht im Strict-Mode läuft. Das heißt, du solltest jetzt darauf achten, dass entweder deine SQL-Konfiguration oder, wenn das nicht möglich ist, deine Config-YAML-Konfiguration angepasst wird. Wichtig ist das Ganze, um eben eine Datenintegrität sicherzustellen, damit keine Daten beschädigt oder abgeschnitten werden. Bei den Inhaltselementen wurde das Markdown-Element angepasst. Damit kannst du jetzt erweiterte Funktionalitäten ähnlich wie bei GitHub nutzen. Und so lassen sich nun auch Tabellen und weitere Funktionalitäten nutzen. Außerdem werden externe Links inzwischen erkannt und mit zusätzlichen Attributen und einer CSS-Klasse versehen. Zudem ist es möglich, als Markdown-Quelle in Zukunft eine Datei anzugeben, sodass du das Ganze eben jetzt direkt extern als Markdown-Datei einbinden kannst. Außerdem wurden auch die Berechtigungen erweitert und so kannst du ab sofort auch die einzelnen Felder im Dateimanager ein- oder ausblenden, eben wieder für Benutzer- oder auch Benutzergruppen. So kannst du beispielsweise sicherstellen, dass ein Benutzer nur die Metadaten ändern kann, allerdings nicht zum Beispiel den Dateinamen oder den wichtigen Teil verändert. Des Weiteren findest du auch in der Dateiverwaltung jetzt ein neues Feld, und zwar das Feld Lizenz, welches du mit einem Link oder Text befüllen kannst. Die Lizenzinformationen werden anschließend hier im Quelltext in den JSON-Daten hinterlegt. Was allerdings noch nicht passiert ist, dass das Ganze im Image-Template ergänzt wird, denn hierzu gibt es noch aktuell keinen HTML-Standard, wie Lizenzinformationen bereitgestellt werden sollen. Möchtest du die Lizenzinformationen auch im Template ausgeben, musst du entsprechend dein Template anpassen und eben das Feld entsprechend ergänzen. Im Backend wurden außerdem alle Passwort-Wiederholen-Felder durch sogenannte Toggle-Felder ersetzt. Das heißt, du findest jetzt bei jedem Passwort rechts so ein Auge-Symbol und kannst damit eben das soeben eingegebene Passwort wieder einblenden. Das heißt, wenn ich hier auf Passwort anzeigen klicke, dann wird eben ein geheimes Passwort angezeigt und ich kann es auch wieder ausblenden. Wichtiger Hinweis, das Ganze ist natürlich keine Sicherheitslücke. Das heißt, wenn du das Passwort in der Datenbank stehen hast und du klickst hier auf diesen Toggle, dann wird das Passwort natürlich nicht ausgelesen. Das Ganze passiert eben nur dann, wenn du eben das Ganze hier aktiv gerade am Eintippen bist. Du findest das Passwort-Feld hier bei deinem Benutzer oder eben auch hier bei dem Anlegen von Mitgliedern. Beim Zugriffsschutz wurde ebenfalls etwas verändert. Und zwar kannst du ab sofort nicht nur entweder Gästegruppen oder Mitgliedergruppen ein bestimmtes Inhaltselement oder eine Seite oder ein Modul anzeigen, sondern du kannst das in Zukunft auch mixen. Das heißt, wenn du hier auf Element schützen klickst, dann findest du hier bei den Mitgliedergruppen automatisch auch immer diesen Gäste-Eintrag. So kannst du eben nicht entweder das eine hier oben oder das andere hier unten konfigurieren, sondern du kannst in Zukunft eben das beides gleichzeitig konfigurieren. Die Suchfunktion bekam ebenfalls eine Verbesserung und wurde stark optimiert. Dadurch konnte der Memory-Verbrauch enorm gesenkt werden und gleichzeitig die Geschwindigkeit verbessert werden. Aufgrund der ganzen Optimierungen wurde inzwischen der Suchergebnis-Cache überflüssig. So findest du diesen auch nicht mehr in der Systemwartung und die Suchergebnisse werden immer direkt bei der Suche durchgeführt und es gibt eben keinen Suchergebnis-Cache mehr. Kommen wir nun zu den spannendsten Themen für Entwickler. Eines mit sicher am häufigsten erwartete Feature ist die Integration von Twig. Darum hat sich Moritz sehr ausgiebig gekümmert und es ist dir ein wirklich großer weiterer Schritt gelungen, das in Contao zu integrieren. Auch hier empfehle ich dir auf jeden Fall erst einmal diesen Hilfebeitrag zu lesen. Und zwar wurde hier bereits das Ganze sehr ausführlich erklärt, wie du Twig-Templates in Contao nutzen kannst. Du findest auch hier immer Erklärungen, was vorher PHP war und wie das Ganze eben jetzt mit einem Twig-Template umgesetzt wird. Am besten liest du dir diesen Beitrag einmal komplett durch und wenn du hierzu noch Fragen hast, hier wird es sicher auch noch weitere interessante Videos geben, wie Twig und Contao verwendet werden kann. Ich habe es vorher bei den Lizenzinformationen schon einmal beiläufig erwähnt. Und zwar werden die JSON-Daten in Zukunft zentral verwaltet. Was ist damit gemeint? Bisher war es so, dass die Schema-Org-Daten direkt im HTML-Quelltext enthalten waren. Jetzt werden diese Daten zentral über einen Service gesteuert und werden dann zusammengefasst in diesem Skript ausgegeben. Das heißt, die ganzen JSON-Daten werden zentral über einen Service abgebildet und eben nicht mehr eins zu eins an der Stelle im Quelltext enthalten sein, wie das bisher ist. Das könnte jetzt auch eben bei bestimmten Erweiterungen zu Problemen führen. Also wenn du hier jetzt Contao 412 einsetzt, musst du entsprechend deine Templates prüfen. Ein weiteres spannendes Feature für Entwickler ist der Security-Voter, mit dem du feststellen kannst, ob ein bestimmtes Mitglied einer bestimmten Gruppe zugehörig ist. Alle Details dazu findest du dann später in der Dokumentation oder auch natürlich in diesem speziellen Pull-Request, wo diese ganzen Features dann dementsprechend auch im Quellcode einsehbar sind. Mit dem neuen Response-Kontext gibt es einen neuen zentralen Service, mit dem du nun die Metadaten wie Seitentitel und die Description anpassen kannst. Bisher wurde dazu der Weg über das Seitenobjekt, also Dollar-Object-Page verwendet, oder eben über die Globals. Das alte Konzept ist allerdings limitiert und ist nicht flexibel genug, deswegen wurde dieser neue Service bereitgestellt. Wie du hier siehst in der Dokumentation, kannst du das auch alles noch einmal nachlesen. Wie das Ganze funktioniert, ist wie gesagt besonders für Programmierer interessant. Aktuell kannst du damit den Seitentitel, die Seitenbeschreibung und den Robots-Eintrag dynamisch überschreiben oder anpassen. Und in Zukunft ist eben damit auch gedacht, dass du alles Mögliche innerhalb des Head-Tags dynamisch anpassen kannst. Und damit zählen zum Beispiel dann eben auch weitere Meta-Tags, Skripte und Link-Tags. Beim Routing wurde ebenfalls etwas erweitert. Und zwar kannst du ab sofort auf der Seitenstruktur alle verfügbaren lokalen IDs verwenden. Und du kannst zusätzlich auch bestimmte Informationen, wie zum Beispiel die Währung, hinterlegen. Das wäre zum Beispiel dann sinnvoll, wenn du diese Informationen später auslesen möchtest und je nach eingegebenem Sprachenseitenbaum zum Beispiel Formatierungen anpassen möchtest. Außerdem wurde die Kompatibilität mit Symfony 5.3 hergestellt. Außerdem natürlich viele weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen durchgeführt. Du findest alle Änderungen ganz detailliert wieder auf GitHub im Changelog. Die nächste Version, Contao 4.13, wird dann wieder eine LTS-Version. Das heißt, Contao 4.12 wird jetzt bis zum Januar 2022 supported. Und ab dann haben wir wieder eine neue LTS-Version. Ich wünsche dir jetzt trotzdem viel Spaß bereits beim Ausprobieren dieser neuen spannenden Features. Zum Abschluss letzt noch, ich würde mich sehr freuen, wenn du unterhalb des Videos einen Kommentar hinterlässt und mir sagst, welches Feature dir von Contao 4.12 am besten gefällt.